Hallihallo Spielefreunde, bald ist Weihnachten. Ja, da könnt ihr vielleicht noch den einen oder anderen Spiele-Tipp gebrauchen. Den können wir euch liefern. Los geht's mit unserem neuesten Weekly. In dieser Woche neu von uns getestet Equinox. Da veranstalten die Tiere des Waldes einen magischen Wettkampf. Nur drei von 14 werden sich am Ende durchsetzen, alle anderen geraten in Vergessenheit. So wird auf dem Tisch eine Kartenauslage gebildet und die Spieler wetten Reih um, wer wohl bis zum Schluss im Spiel bleibt. Auch verdeckte Wetten können abgeschlossen werden. Ansonsten muss immer eine Karte gespielt werden, die es ermöglicht, die Spezialfähigkeit eines Wesen auszuführen, sofern man dort den meisten Einfluss besitzt. Nach jeder Runde, die in Reihen abgerechnet wird, verschwindet die schwächste Kreatur. Am Spielende werden die Wetten in Punkte umgerechnet. Lutz findet die Optik des Spiels ganz fantastisch. Das Spiel an sich ist auch neckisch. Ein Spiel mit dem Risiko sozusagen, denn es geht darum, bestimmte Kreaturen durchs Spiel zu schleusen, ohne Wettsteine zu verschleudern. Der Spielablauf ist flott und spannend, besonders auch zu zweit, wobei Lutz das Spiel zu dritt oder viert wiederum noch unterhaltsamer empfindet. Im Spiel zu fünft kommt es oft gar nicht zu einer finalen fünften Runde, was dann etwas schade sein kann. Dennoch, als Speed- und Taktik-Spiel erfüllt Equinox auf jeden Fall seinen Zweck, wenn es einen nicht stört, dass man Neulingen erst einmal die Spezialfähigkeiten der Wesen beibringen muss. Das Spiel ist übrigens eine überarbeitete Version des früheren Knizia-Titels Colossal Arena. Vielleicht kennt es ja der eine oder andere. Lutz vergibt insgesamt ansprechende sieben Kultpunkte. Bei Snowwear sehen wir die Welt in Flammen. Oder anders gesagt, 111 Karten liegen als wilder Haufen mit der Feuerseite nach oben auf dem Tisch. Entfernt werden dürfen immer nur komplett freiliegende Karten, die dann umgedreht werden und an einer anderen Stelle noch lodernes Feuer überdecken. So wird nach und nach aus Feuer Schnee. Schneeflocken können am Spielende eingesetzt werden, um Lücken zu schließen. Je weniger Feuer man am Ende sieht, umso besser ist die eigene Leistung. Idealerweise ist am Ende alles in Schnee gehüllt. Ich finde, Snowwear ist jetzt kein klassisches Kartenspiel, sondern eher ein netter Zeitvertreib, ideal für Wintermonate. Was banal klingt, ist aber durchaus tricky. So muss ich immer schauen, wo ich als nächstes eine Karte entfernen kann und auch schon etwas im Voraus schauen, ob weitere Karten folgen, damit ich mich nicht festspiele und am Ende nichts mehr machen kann. Gleiches gilt fürs Ablegen der Karten. Die Anfangsauslage spielt dabei allerdings eine nicht ganz unentscheidende Rolle, was den Erfolg angeht. Ist aber nicht tragisch, denn Snowwear ist so ruckzuck gespielt, besonders gern von wenig- und Gelegenheitsspielern. Ich vergebe an dieses kleine Legespiel-Puzzle gute sieben als Solospiel ohne Wartezeiten und mit dem meisten eigenen Einfluss sogar bis zu acht Kultpunkte. Nicht zu oft, aber immer wieder gern mal zwischendurch gespielt. Hangman kennen wir wohl alle noch aus der Schule. Wörter müssen geraten werden, indem Buchstaben genannt werden. Jeder falsche Buchstabe wird mit einem Körperteil am Galgen bestraft, so auch im kleinen Mitbringenspiel. Da hält der Buchstabenmeister immer zwei Begriffe zur Auswahl, von denen er einen auswählt, den sein Gegenüber erraten muss. Auch mehrere Spieler können reihum raten. Galgenmännchen, Buchstabenfeld, nummerierte Striche, alles das ist schon vorgezeichnet, sodass schnell im Raten nichts im Wege steht. Das Spiel gibt es bislang in vier Editionen, von der Kids über die Familien, die Einstein bis hin zur Rotlicht-Edition. Galgenmännchen oder auf Englisch Hangman habe ich als Kind oft in der Schule gespielt, ob nun auf dem College-Blog oder in der letzten Stunde vor den Ferien an der Tafel. Das Spiel ist einfach Kult. Braucht es da ein eigenes To-Go-Spiel im Taschenformat? Darüber kann man natürlich streiten. Ja klar, letztlich kann man das Spiel auch weiterhin wie früher auf einem eigenen Spielzettel spielen, den Galgen selbst malen, sich die Wörter selbst ausdenken, geschenkt. Dennoch, wer kennt hier nicht die Momente, in denen es früher hieß, ups, da habe ich wohl einen Strich vergessen, oh, das E sollte ein Feld weiter nach links, das L hattest du genannt, das habe ich dann wohl verpasst. Ja genau, solche Fehler können mit der kleinen Ausgabe zum günstigen Preis nicht mehr passieren und auch die Kreativität beim Wortausdenken wird nicht auf die Probe gestellt. Von daher, wer schnelle Ratespiele mag und rein Spielchen für Wartezeiten oder Reisen sucht, Spaß macht's immer noch, wenn es auch nicht neu ist. Von mir gibt's sympathische sieben Kultpunkte. Kleiner Tipp, besonders reizvoll ist dabei die Einsatzvariante, in der ihr vorher Körperteile ausstreichen lassen könnt, um damit mit weniger Rate versuchen, mehr Punkte zu machen. Wie Equinox sich auch bereits auf ein älteres Spiel stützte, macht das X-Men Aufstand der Mutanten genauso. Wer das ältere Zeichen kennt, weiß im Grunde schon, worum es bei diesem Spiel geht. Nun befinden wir uns im Marvel-Universum, genauer gesagt in Xavers Schule, dem Hauptquartier der X-Men, dem Team aus Mutanten, das die Menschheit vor Bedrohungen schützt. Die Helden starten vom Blackbird aus, belegen Orte, um Missionen zu erfüllen. Das machen sie, indem sie bestimmte vorgegebene Symbole erwürfeln, alleine oder mit der Unterstützung anderer. Auch die Spezialfähigkeiten der Charakter spielen hier eine Rolle über Sieg und Niederlage. Die Spieler gewinnen, wenn der komplette Plot über mehrere Karten bis hin zum Superschurken erfolgreich überstanden wurde. Annabelle, auf dem Foto vertreten durch Marty, ist Marvel-Fan. Wen also sonst mit dieser Rezension beauftragen? Nun ja, vielleicht jemanden, der knüffelartige Würfelspiele lieber mag? Ja, vielleicht jemanden, der das ältere Zeichen gut fand? Ja, dann wäre auch eine höhere Punktezahl drin gewesen, als Annabelle sie vergibt. Bei ihr kommen nämlich nur vier bis fünf Spaßpunkte heraus, was nicht an der Gestaltung des Spiels liegt oder an einem gänzlich unspielbaren Mechanismus. Das alles funktioniert schon und wer X-Men-Fan ist, wird auch Freude an den Missionen haben. Aber letztlich dreht sich doch das meiste nur ums Erwürfeln von passenden Symbolen und dafür ist Annabelle dann einfach die Spieldauer zu lang, das Spiel zu repetitiv. Wenn ihr das Spiel lieber mögt als Annabelle, dann schreibt uns doch gern in die Kommentare, was euch am Aufstand der Mutanten besonders gut gefällt. Bei Zwerger betreiben wir, also die Zwerge, ein Bergwerk. In der Mine bauen wir Ressourcen ab und transportieren sie mit dem Aufzug nach oben. Wer immer die Macht über den Aufzug hat, er beschenkt damit auch oft seine Mitspieler, denn alles, was ans Tageslicht kommt, halten die Besitzer der Lohren in ihren Vorrat. Auf den weiteren Aktionsfeldern können dann Ressourcen getauscht bzw. Öfen errichtet und angezündet werden. Wir haben es nämlich eine wichtige Währung im Spiel, um Aktionen auszuführen. Beim Worker-Einsatz gibt es den Clou, dass eine neu eingesetzte Figur immer eine andere verdrängt, die man für weitere Aktionen in Besitz nimmt. Und wer farblich passende Figuren ausspielt, kann auch noch Bonus-Aktionen mitnehmen. Hauptpunktequelle sind die Projektkarten. Zahlt man die geforderten Ressourcen, erhält man die Karte und kann sie für weitere Ressourcen auch noch aufwerten, um noch mehr Punkte damit zu machen. Kennt ihr Räuber der Nordsee? Zweifelsohne orientiert sich Zwerge an diesem Worker-Placement-Prinzip. Figur einsetzen, Figur wegnehmen. Ja, nicht 1 zu 1, aber doch vom Prinzip in ähnlicher Form. Vor allem die verschiedenen Worker-Farben sind auch hier wichtig für das, was ich an einem Ort noch so zusätzlich machen kann. Da ich pro Spielzug, also pro Runde immer drei Aktionen zur Verfügung habe, muss ich genau planen, wann ich welche Figur wo einsetze, in welcher Reihenfolge mir die Aktionen am meisten nützen, wie ich Boni ausreizen kann. Das ist schon eine kleine Herausforderung. Schön ist, dass mir immer alle Orte offen stehen, dennoch Interaktion durch den Ressourcenaufzug und die Projektkarten im Spiel ist, denn so entwickelt sich auch immer ein kleines Wettrennen. Ich vergebe gute sieben Punkte mit Tendenz zu acht, allerdings nur, wenn ich nicht mit extremen Grüglern spiele, die hier nämlich jeden Aktionsschritt einzeln berechnen können und dann doch lange Wartezeiten verursachen, also Mitspieler gut aussuchen. Eine eigene Videoreview gibt's auf unserem Kanal. Ausführliche schriftliche Rezensionen findet ihr wie immer zu allen hier gezeigten Spielen auf unserer Webseite. Jede Woche kommen fünf neue Testberichte hinzu. Reinklicken lohnt sich also immer. In dieser Woche gab es bei unserem durch die Corona-Situation derzeit nicht mehr öffentlichen, dafür internen Spielkult-Spiele-Treff unter anderem eine neue Partie Seize the Bean. Bei diesem hübsch ausgestatteten Spiel betreiben wir als Barista unser eigenes Café, sollten also für entsprechende Produkte und eine ansprechende Ausgestaltung unseres Ladens sorgen, die Kunden bedienen und ihre Wünsche erfüllen, naja, und an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal die Konkurrenz manipulieren. Punkte werden hier aus einem zentralen Reputationspool vergeben, umso wichtiger ist es, dass die eigene Engine läuft. Auch auf dem Tisch You're The Arturment of Resurrection. Ein Abenteuer-Fantasy-Kamppspiel, optional auch mit Miniaturen erhältlich auf den Fotos mit Stand-Aids. Inhaltlich müssen wir Quests erfüllen, um uns gegen die drei mächtigen Drachen zu stemmen, die Monster und andere Kreaturen ins Land schicken. Wir sind auf der Suche nach legendären Artefakten in verschiedenen Szenarien und mit Aktionsmarkern ausgestattet, bewegen wir uns durch eine Art Sandbox-Welt. Auch wie man seinen Helden spielt, ist einem selbst überlassen, so kann man ihn entsprechend ausrüsten und upleveln. Gespielt wird dabei kompetitiv, der Held mit dem besten Ruf gewinnt. Und als Absacker Splitter, das ist ein flottes neues Roll-and-Ride-Spiel. Zwei Würfel geben vor, welche beiden Zahlen auf gespiegelten Feldern auf dem eigenen Spielzettel eingetragen werden müssen. Am Ende gibt es Punkte nach zusammenhängenden Einträgen entsprechend der Augenzahl. Bei den Zweiern also zwei Punkte für jedes abgetrennte Gebiet aus Zweiern. Für Fünfer fünf Punkte, für Fünfe aneinander grenzende Fünfen und so weiter. Eine Rezension gibt's bereits auf unserer Webseite. Außerdem in unserer netten Location auf dem Tisch Kekse, Kaiserschmarrn, Schweineländchen, Schlemmerhuhn und Curryhühnchen, Schnitzel Wiener Art. Oh je, ich schweife ab. Zumindest den Hunger nach neuen Rezensionen können wir stillen. Noch vor Weihnachten mit Testberichten zur Roten Kathedrale, zu Carrera Crazy Driver und zum Brettspiel von Würfelkönig. Alle News gibt's wie immer auf Facebook, Twitter und Insta. Und natürlich auch bei uns zu Hause auf unserer Webseite, ihr kennt ja die Adresse. Ich wünsche euch einen schönen dritten Advent und sage Tschüss und Tschau bis nächste Woche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017